Musik Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods Wir sind in Hamburg und haben scheinbar einen Hausbrand hier Da brennt's Haben wir gerade gekriegt, da gucken wir erstmal was hier Ich hab Hamburg schon ewig mit mir gespielt Feuer Y, Feuer Feuer, Feuer BMA Feuer würde ich sagen Alarmierung läuft, sehr schön Was haben wir denn hier noch THX Flugzeug, Großeinsatz, Rettungsdienst Tier, Notfall, Hilfe, Leistung, Tier Hier gibt's hier stehen Star dicht Absetzen Die haben wir schon wirklich ewig nicht mehr gespielt Auf dem Weg Du fährst nach dort Sie kann sich auch noch da stellen Du fährst nach da Drehleiter bleibt da bitte stehen Sie sind nach da So Installieren Absetzen Absetzen Absetzen, Feuer Achso, ihr setzt nochmal bitte auf So, du Da rein Absetzen, Feuer So, hin da Ach nee, das ist ein Feuerlöscher Hehehe Ey, was ist das? Der hat auch einen Schlauch Du bist der Fahrzeugführer Sehr schön Okay Du leg mal deinen ab Und was ist das? Steig mal da ein Achso, das gehört zum Fahrzeug Ah Ah, ich verstehe Fahrzeug 28 So Erfolgreich abge... Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet Eine Nahrungsmittelvergiftung Wo denn? Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab In der Overreberbahn, wo denn? Ach da So, dann einmal bitte Notfall Medizinischer Notfall Einmal nach hier bestellen, bitte So Du bitte runter Fahrzeug 28 Hört Äh Aufsetzen und zurück zur Wache Ihr seid gar nicht erst ausgestiegen Fahrzeug 29 Hört Was ist das? Tür aufbrechen Ölspul beseitigen Erste Hilfe Druck Druckbelüfter Ah, ist ja geil Ist ja geil Fahrzeug 45 Fahrzeug 37 Fahrzeug 47 Fahrzeug 27 Hört Türen öffnen Ah, so Absetzen So, ihr bitte einmal Status 1 Parken Und dann fahrt ihr Streife So, du Was kannst du? Du kannst Abspannen Zug zurück zur Wache schicken Ah Ah, das hätte ich auch hier drüber machen können Ah, ist ja geil Ist ja geil Zugführer Das ist der still normale Feuerwehrbonat Das ist der Zugführer B-Dienst Feuer 2 Abschleppdienst Aha Löschzug alarmieren Ah, finde ich cool Finde ich cool Was kannst du dir nehmen? Schlauch und Schere Achtung Verkehrsunfahr Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab Auch die Fahrzeugfaxe Okay Einmal bitte THY Menschen leben in Gefahr Genau Absitzen So, Löschzug 12 wird alarmiert Ist das der hier? Für die weitere Stabilisierung des Patienten wird an Nordrheinland benötigt Jawoll Ist er auf Anfahrt? Äh, 2 brauche ich, glaube ich mir, ja Mal gucken Äh, SRG UDIN Was? Befehlswagen Ah Ist das ein Bus? Ist ja geil Was haben wir unter 3? NEF, da Den brauche ich Du noch da Du noch da Du bist Ein NEF Du bist Auf dem Weg Fahrzeug 27, hört Fahrzeug 28, hört Auf dem Weg Fahrzeug 27, hört Auch ein ganz ernischte Zugang THY Oh, der sieht ja geil aus Oh, ist das laut Berückt euch Fahrzeug 28, hört Absitzen TH Wer bist du? Fahrzeug 33, hört B-Dienst Absitzen Kannst hier drüben schon mal Das ist ja noch ein NEF unterwegs, theoretisch, glaube ich Müsste Fahrzeug 32, hört So, schneid auf Zur weiteren Versorgung wird dann NEF benötigt So Aufnehmen Rinder Und du gehst mal schon wieder nach hier drüben und versorgst die Ler Ihr beide könnt eigentlich schon wieder parken Auch euch hier nicht Du sitzt ab Versorgung wieder Gut, und ihr Fahrzeug 31, hört Notarztbegleitung Erforderlich Ja, toll Hab ich nicht Gibt's nicht NEF wird alarmiert Fahrzeug 32, hört Ja Guard Ah, das hier ist ein Krankentransporter Cool Cool, cool, cool So, umleiten bitte So, hier ist das NEF auf dem Weg Sehr schön Was kann denn der B-Dienst? Hast du der B-Dienst? Ja Feuer 2, Feuer 2Y, Feuer 3A Und der kann aufschneiden Finde ich cool Erste Hilfe, Brandmelderanlage zurücksetzen Gefahr, gut, Tafel Achso, das finde ich cool Finde ich cool Ist geil, die steigen durch die Kofferraumklappe ein So, du fährst mal nach da Oder auch nicht Du steigst da ein Geht's der, der geht's gut Dann könnt ihr die schon mal holen So Fahrzeug 31, hört Patient liegend aufgenommen Sehr geil Finde ich cool Ich hoffe sehr, dass heute mal die Mord ein bisschen länger hält als sonst Sonst 20 Minuten ist das Schluss Aber Hamburg gefällt mir Hamburg gefällt mir sehr Ähm, so Wo ist er denn? Da Fahrzeug 11, 27, hört Zugführer Abspann Parken, sehr schön So, ihr könnt Was ist los? Was ist das? Das ist komisches Geräusch Was war das? Keine Ahnung So, parken Achtung, Brandstiftung im Einsatz Verhaftung 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 Los Leute Stopp, ich hab hier ja schon einen Da Los, komm hier Absitzen Festgegen Sehr schön Okay Es ruckelt ein bisschen, ne? So, und Parken So, dann hätte ich hier jetzt gerne den Feuer Mal den Löschzug alarmieren Und ihr fahrt mal nach da so Auf dem Weg Sofort Was gibt's? ASF Äh, ne ASD Abschlepp Dienst Los, Bus Fahr weg Fahrzeug 13 Nein, ihr müsst parken Hol ich lieber so noch ne Pol Poli sei da Kripo Jetzt kommt wieder der hier, ne? Ne, doch nicht Ach, guck mal da Na gut Haben wir ihn immer noch nicht ausgeladen Egal Du nach hier Lässt einen raus Und fährst ja noch da Du machst da dicht Du positionierst dich hier Absetzen, Feuer Du direkt vor's Gebäude und du hier Absetzen, Feuer Absetzen, Aufbauen Alter Ich muss sagen Die Mod gefällt mir Die Mod gefällt mir Sehr sogar So Ab Fahrzeug wird abtransportiert Sehr schön Fahrzeug 28 Und die Aufstreife Fahrzeug 14 Ich werd mal noch ne FF holen, glaub ich Und hier Rodensdorf Wedel Das müsste die hier sein, ne? Rodensdorf Wedel Ne, das hier ist Feuerrettung Doch Wedel Was haben wir denn noch? GW U-Dienst Umweltdienst Hier, wenn man in Schaum arbeiten will Und so Dekon Gerätewagen Höhenrettung SEG Tauchen Cool, cool, cool Gibt's unter der 5 noch was? Kran Kamera Was bringt mir das jetzt? Achso, auf Standards Rückgesetzt Und jetzt Aha, ich kann weiter raussuchen Find ich cool Das ist Wattenfall Entstörungsdienst Wasser Und um der 6 haben nix Kannst du mal lösch Lösch mal die Tafel da oben Da kommen die anderen, glaub ich, nicht hin Ah, hier ist kein Durchkommen Sorry Warum steht der da? Ah, ne BMA Haben wir ne BMA? Oh, BMA Oh, ups Feuer, BMA Kommst du nicht durch, oder was? Fahr mal außen rum Dadurch, ne Dadurch auch nicht Fahr mal außen rum Obwohl, ne, brauchst du nicht mehr Kannst gleich nach Hause fahren Hehehe Sorry Sorry, Pauberi Wo ist er denn jetzt? Achter Ja Äh, flogen wir noch mal zu Und kommen direkt wieder nach Hause Gut, die hier löschen die beiden Bäumchens noch schnell Da kommt man momentan nicht durch Ihr Helden Des Alltags Okay, sie sind von außen rum Wo war denn die BMA? Ich weiß es nicht mehr Hehehe Ach hier, ne? Ist hoffentlich nichts Ey, was ist das? Hamburg Ah Hier kommen die her Wedel Ja, find ich gut So, Einsatzende Feuerwehr, jo Einmal absetzen Du bist der normale Feuerwehrmann Du bist der Zug abspannen Kommst mal runter Komm mal runter Von deinem hohen Ross Auf dem Weg So, du nimmst noch die hier von der Straße runter Bringst sie zurück Auf dem Weg Freilassen So, und die sind da Ist glaube ich nichts Kommt man in das Gebäude rein Ne, ne? Ich glaube eher weniger Daher einmal absetzen Zugführer Einmal bitte zurücksetzen Wenn da was ist Dann lösst sie ja gleich wieder aus Parken Streife Fahrzeug 13 Was machst du hier? Mit Fahrzeug 14 Ach ne, stopp Du nicht streife Du nicht streife Du nicht streife Du fest Fahrzeug 13 Fest parken Du nicht streife szczotsalen für vierte 있었 die